In den 80er Jahren wurde Ronald Reagan in den USA zum Präsidenten gewählt und er versprach eine völlig neue Wirtschaftspolitik. Einen Bruch mit dem New Deal, der in den USA seit den 30er Jahren eine zumindest fast sozialdemokratische Politik garantierte. Reagan wollte in erster Linie die Steuern für Reiche und Unternehmen senken. Und man kann ja nicht einfach so zum Wahlvolk gehen und sagen, hey, wir senken jetzt die Steuern für die, die sowieso schon genug haben. Das kommt ja nicht so gut an. Also brauchte man eine ökonomische Theorie, um das zu, zumindest wissenschaftlich zu untermauern. Angeboten hierfür hat sich eine angebotsorientierte Theorie der Wirtschaftspolitik, die sogenannte Trickle-Down-Theorie. Die besagt, dass wenn der reichere Teil der Gesellschaft an mehr Wohlstand bekommt, dass dieser Wohlstand automatisch zum ärmeren Teil durchsickern würde. Der Name dieser Theorie geht auf einen Witz des Komikers Will Rogers aus den 30er Jahren zurück. Diese Theorie war schon mal die dominierende Theorie in der Wirtschaftspolitik in den USA, wurde aber, wie gesagt, durch die New Deal-Politik von Franklin D. Roosevelt wieder verworfen. Es gab deswegen auch schon seit längerer Zeit Kritik an dieser Theorie, wie man halt an diesem Witz hier von Will Rogers sehen kann. Ich habe euch den eingeblendet, ihr könnt euch hier durchlesen. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Umsetzung unter Reagan. Die Umsetzung lässt sich quasi durch ein Zitat beschreiben. Die Regierung ist nicht die Lösung unserer Probleme, die Regierung ist das Problem. Das bedeutet, die Staatsquote muss um jeden Preis gesenkt werden. Steuersenkungen waren dazu noch nur ein Mittel. Es gab noch das Mittel der Deregulierungen und das Mittel der Privatisierungen. Doch mit dem Ende von Reagans Amtszeit war diese Politik noch längst nicht zu Ende. Die Trigger-Down-Theorie spielte unter anderem bei der Steuerreform im Jahre 2000 in Deutschland eine Rolle, sowie auch bei der Steuerreform von Donald Trump. Teil dieser Steuerreform war unter anderem eine Senkung der Einkommenssteuer und das Herzstück war die Senkung der Unternehmenssteuer von 35 auf 21 Prozent. Das Geld, was die Unternehmen eingenommen haben, ging allerdings hauptsächlich an die Aktionäre und nicht an die Mitarbeiter. Das Geld wurde also vor allem in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeschüttet und führte nicht zu Lohnsteigerungen. Aber wir gucken uns gleich mal eine Statistik an, wie diese Politik seit den 80er Jahren gewirkt hat. Eins hat sie nämlich auf jeden Fall bewirkt. Die Schulden in den USA sind seit den 80er Jahren massiv angestiegen. Und das ist auch eine Entwicklung, die wir nach Donald Trumps Steuerreform sehr gut sehen konnten. Aber eins nach dem anderen. Man sieht hier in dieser Grafik sehr gut, dass sowohl der Unternehmenssteuersatz als auch der Spitzensteuersatz, das ist der Einkommenssteuersatz für die reichsten der Reichen, immer weiter gesunken sind. Und das nicht erst seit den 80er Jahren, sondern schon seit etwas längerer Zeit. Aber unter Reagan hat sich das Ganze nochmal intensiviert und das hat sich, wie ihr gerade gesehen habt, bis heute fortgesetzt. Die ganzen Steuersenkungen haben zu Mindereinnahmen des Staates geführt. Ihr seht, dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg sehr lange Zeit einen ungefähr ausgeglichenen Haushalt hatten. Aber dann, ab den 80er Jahren, ging das Haushaltsdefizit förmlich durch die Decke. Aber wenn der Staat so viele Schulden gemacht hat und weniger Geld eingenommen hat, müsste dieses Geld doch eigentlich bei den privaten Unternehmen gelandet sein. Die privaten Unternehmen haben deshalb vielleicht weniger Schulden gemacht und konnten mehr Geld für produktivitätssteigerndes Wachstum ausgeben. Das wäre doch was. Also gucken wir uns doch mal die Schulden des privaten Sektors an. Oh, die sind seit den 80er Jahren auch heftigst durch die Decke gegangen. Nun, also auch da sind die Schulden gestiegen. Das heißt, sowohl der Staat als auch die Privaten haben seit den 80er Jahren ihre Schulden massiv ausgeweitet, ohne dass das Wachstum sonderlich stark angestiegen wäre. Aber diese Steuersenkungen hatten einen anderen Effekt. Der Anteil der Top 1% am Gesamteinkommen ist immer weiter gestiegen. Das heißt, das Einkommen der Reichsten ist in Relation zum Gesamteinkommen immer weiter gestiegen. Aber das war ja die Theorie. Wir entlasten die Reichen und dadurch profitiert auch der gesamte Rest. Also zuerst sollte ich vielleicht noch sagen, dass das eine Entwicklung ist, die nicht nur in den USA zu sehen ist, sondern auch in Europa. In Europa ein bisschen schwächer, aber in beiden Weltregionen wurde ungefähr eine ähnliche Politik betrieben. Aber gucken wir uns mal an, wie diese Theorie zumindest in den USA gewirkt hat. Ich meine, das war ja die Theorie. Wir entlasten die Reichen, das sickert zu allen durch, alle haben mehr Geld. Nun, seit den 80er Jahren sind trotz Wirtschaftswachstums, trotz der massiven Ausweitung der Schulden die realen Einkommen nicht gestiegen. Bei den, die besser gebildet sind, sind sie ungefähr gleich geblieben und bei den weniger Qualifizierten sind sie sogar gesunken. Trotz dieser massiven Defizite sind die Einkommen gesunken. Die Einzigen, die wirklich mehr verdienen als vorher, sind die, die sowieso schon sehr viel haben. Denn die Kapitalerträge sind massiv gestiegen. Doch während Ungleichheit und Kapitalerträge massiv gestiegen sind, ist die Produktivität in allen westlichen Staaten, also auch in den USA, aber auch in allen anderen Staaten, die so eine Politik gemacht haben, immer weiter gesunken. Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, welchen Einfluss hohe Vermögensungleichheit jetzt auf die Produktivität hat. Es gibt da zwei Modelle, aber beide Modelle haben eins gemeinsam. Hohe Ungleichheit führt zu niedriger Produktivität. Das ist eigentlich unumstritten und in, wie gesagt, allen westlichen Volkswirtschaften ist die Produktivität immer weiter gesunken, während die Ungleichheit gestiegen ist. Da scheint es also einen kausalen Zusammenhang zu geben. Nun stellt sich also die Frage, was machen wir jetzt? Was lernen wir daraus? Nun, in den USA zumindest kann man sagen, dass das reale Vermögen der unteren 50% jetzt mittlerweile negativ ist. Das Vermögen der oberen 1% hat sich hingegen verdreifacht. Also eigentlich ist die Lösung relativ einfach. Wir müssten einfach nur wieder die Steuern erhöhen. Ich weiß, das wird sich für manche jetzt relativ schlimm anhören, aber guckt euch mal diese Grafik an, die ich vorhin schon gezeigt habe. Die Steuersätze waren mal viel höher. Und während New Deal Zeiten oder als Eisenhower und Kennedy regiert haben, ist in den USA auch nicht der Sozialismus ausgebrochen. Das waren einfach ganz normale Zeiten, wo Vermögen fairer besteuert wurde und auch fairer verteilt war. Wir können die Fehlentwicklungen, die seit den 80er Jahren passiert sind, wieder korrigieren. Wir können wieder für fairere Steuern sorgen. Und das geht nur, indem wir große Unternehmen und Superreiche wieder stärker in die Pflicht nehmen.